Ralf Dümmel, 55, ist bestürzt. Vergangenes Jahr stellte Karl-Heinz voll in der TV-Show die Höhle der Löwen seine Erfindung vor und heimste einen Deal ein. Der Unternehmensgründer hatte eine Wasserwaage mit Flügel konzipiert und begeisterte damit Investor Ralf Dümmel so sehr, dass dieser in sein Unternehmen investierte. Doch nun meldet sich Ralf mit traurigen Neuigkeiten bei den Fans, Karl-Heinz ist verstorben. Auf Instagram gab der 55-Jährige bekannt, es schmerzt sehr, dass der Gründer der Flügel, der liebe Karl-Heinz, leider verstorben ist. In seinem Posting widmete der Unternehmer seinem Schützling ein paar rührende Zeilen. Du hast mich als Unternehmer begeistert, lieber Karl-Heinz.